Qigong Qigong entstand aus antiken taoistischen Übungen und bedeutet so viel wie Arbeit mit Energie. Entspannungstechniken, unterstützt mit bewusster Atmung, ermöglichen auch den modernen, häufig etwas angespannten Menschen, sich zu erholen. Richtiges Atmen hilft, überall im Universum zirkulierende Energie in sich aufzunehmen und sich mit neuer Lebenskraft zu versorgen. Vor jedem Üben einer solchen Disziplin sollten einige Minuten dafür eingesetzt werden, um sich innerlich zu entspannen. Konzentrieren wir uns auf diese Klänge. Geiss la sol ji 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 Nach der chinesischen Philosophie ist Qi die innere Lebensenergie, über die wir alle verfügen. Besondere Übungen aus dem Tai Chi bzw. Qigong verbessern das Fließen des Qi, gleichen ein Ungleichgewicht aus und verhelfen zu einem langen, gesunden Leben. Ein Weg, die Energie zum Fließen zu bringen, führt über eine bewusste Koordination von Bewegung und Atmung. In China treffen sich seit jeher am frühen Morgen Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, um den neuen Tag zu beginnen. Langsam ausgeführte, ineinander übergehende Bewegungen im Einklang mit der Stille der erwachenden Stadt kennzeichnen die Stimmung. Die in China seit Generationen überlieferten Meditationsformen Qi Gong und Tai Chi werden heute nicht nur in China selber praktiziert, sondern finden auch bei uns im Westen immer mehr Beachtung.